Ja, so, Ingolstadt. Ja, ich sehe überraschte Gesichter. Viele von Ihnen fragen sich, Mensch, woher wussten die vom Finanzamt, dass heute so viele Illegale hier sein würden? Nun, wir haben einen anonymen Tipp erhalten von einer Person, die wir natürlich aus Datenschutzgründen nur Mr. X nennen dürfen. In Wirklichkeit können Sie sich wahrscheinlich denken, heißt diese Person nicht Mr. X. In Wirklichkeit hörst du nämlich an Thomas Marquardt. Heute ist ja hier im Marquardt. Schön, dass Sie kommen konnten. Schauen Sie sich mal um. Das ist quasi Ihre Beute hier heute Abend. Wie sieht es aus? Schaffen Sie es allein nach Hause? Benötigen Sie Begleitschutz? Ja, Begleitschutz. Begleitschutz, ne? Ja, neue Identität, neuer Bart, Toupé. Gutes Toupé haben Sie ja schon, ne? Neue blauhaarige Freundin. Also wir organisieren da alles für Sie, ja? Wie wäre es, wenn Sie sich mal richtig freuen, wenn ich komme? Ich weiß, wie Lügen aussehen. So, meine Damen und Herren, ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein. Wissen wir, was mir in euch Steuerzahlern am meisten auf den Senkel geht? Die ewige Jammerei. Die ist, äh, ich verstehe die Steuer nicht. Mein Gott, Ingolstadt, wie viele Steuern haben wir in Deutschland denn schon groß, ha? Wir haben die Einkommenssteuer und die Lohnsteuer. So. Ja, gut, meinetwegen, wir haben Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt, Kfz-Steuer, Flughafensteuer, Verkehrssteuer, Versicherungssteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindesteuer, Hundesteuer, Pflegesteuer, Mineraliststeuer, Tabaksteuer, Erbssteuersteuer, Vermögenssteuer, Verbrauchsteuer, Besitzsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Kapitalzentriere, Köchenssteuer, Einfuhrsteuer, Einfuhrumsatzsteuer, Quellensteuer, Sexsteuer, Brandweinsteuer, Doppelbildsteuer, Progestionsvorwalt, Haushaltsfrei, Kinderfreibetrag, Pflegefreibetrag, Umlaufvermögen, getrennte Veranlagen, verkürzte Versorgungspauschale, Anlage, N-Anlage, Kap-Anlage, SO-Anlage, FE-Anlage, V-Anlage, AOS-Anlage, GSE-Anlage, VA, lineare, degressiv, betriebsorientierte A-Furs- und Sonderumschreibung. Was ist daran so schwierig? Demnächst kommt ein Smart Home auf Sie zu. Ja, schon mal von gehört? Smart Home, ein kluges Zuhause? In Ihrem Smart Home haben Sie einen Smart Fridge, der merkt, wenn Butter und Milch im Kühlschrank zur Neige gehen und dann selbstständig nachbestellt. Und ich frage mich, wann wird es die ersten Hungertoten geben, weil der Kühlschrank auf dem Betriebssystem von Windows läuft. Und in Ihrem Smart Home haben Sie nicht nur den Smart Fridge, Sie haben Smart Electricity Management, also ein System, das merkt, wenn es dunkel wird, das Licht anmacht. Sie haben Smart Heating, das merkt irgendwie, wenn es kühl wird, die Heizung hochregelt. Sie haben die Smart City, das auch alles vernetzt. Da haben Sie irgendwie Smart Water, ein sparsames Wassersystem und Smart Garbage, eine intelligente Müllentsorgung. Wissen Sie, was? Neulich kommt eine Freundin zu mir und sagt, weißt du was? Man kann sich diese ganzen blöden Smart Technologies einfach mal sparen, wenn man eine neue Software entwickelt namens Smart Husband. Ja, Smart Husband, also ein intelligenter Gatte, der merkt, wenn Butter und Milch im Kühlschrank zur Neige geht und dann selbstständig einkauft. Smart Husband merkt, wenn es dunkel wird, macht das Licht an. Man merkt, wenn es kühl wird, macht die Heizung an, bringt auch mal den Müll runter und spart Wasser. Und das schönste Smart Husband ist zu 100% biologisch abbaubar. Ne, und dann künstliche Intelligenz, da frage ich mich, was soll der Scheiß? Ich meine, ist die Menschheit überhaupt schon bereit für künstliche Intelligenz, wo natürliche Intelligenz noch dermaßen in den Kinderschuhen steckt? Und erste Dinge sind ja auch schiefgelaufen. Frühe Versuche, künstliche Intelligenz mit Bioprinting und einem Toupet zu kombinieren, dann scheiterten der Prototyp Flo aus dem Labor und ist heute Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine, da ist ja auch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, ne? Mit Herrn Trump. Wirklich demokratisch gewählt wurde der ja nicht, oder? Da frage ich mich auch, wie würden eigentlich die Amerikaner reagieren, wenn in einem anderen Land ein psychisch auffälliger Autokrat mit ausländerfeindlichen Ansichten, Zugriff auf Massenvernichtungswaffen und einer schlechten Frisur an die Macht kommt? Ich sage Ihnen, was die Amerikaner tun würden. Die Amerikaner würden diesem Land helfen, die Demokratie wiederzufinden. Hat nicht auch uns einst Amerika geholfen, als wir regiert wurden von einem psychisch auffälligen Autokraten mit ausländerfeindlichen Ansichten, Zugriff auf Massenvernichtungswaffen und einer schlechten Frisur? Ja, da kam Amerika und hat uns befreit. Und ich finde, wir schulden Amerika auch noch einen kleinen Gefallen. Ja, sicher. Ich meine, Amerika hat ja nicht nur uns geholfen gegen schlechte Regierungen. Amerika hat einigen Ländern geholfen. Korea, Vietnam, Iran, Irak im ersten Irak-Krieg namens Operation Enduring Freedom, Irak im zweiten Irak-Krieg namens Operation Desert Storm in einer Koalition der Willigen, Somalia, Libyen, Bolivien, Chile, Honduras, Nicaragua, Panama, nochmal Honduras, nochmal Nicaragua, nochmal Panama. Die hatten sehr viele schlechte Regierungen, da musste ständig geholfen werden. Das war auch ein bisschen stressig für Amerika. Und wir tun uns zusammen mit all diesen Ländern in einer Koalition der Billigen, was auch ein Stück weit unsere Bewaffnung reflektiert. Korea liefert als Nahkampfwaffe das Samsung Galaxy Note 7. Und dann marschieren wir in einer militärischen Friedensinitiative in Amerika ein, in eine Operation Ensuring Freedom. Und ich denke, das ist ein großes, ein hehres Ziel und möchte rufen, Ja, Uschi, mach schon mal die Luftwaffe klar! Ja gut, ich merk's, das ist ein Problem, klar. Die deutsche Luftwaffe ist ja ein bisschen sowas wie die militärische Entsprechung des Berliner Flughafens. Da fliegt nix. Das hat ja auch was Schönes, wenn so ein Land so eine gewisse bodenständige Luftwaffe hat. Nehmen wir halt nicht die Luftwaffe, nehmen wir nicht die Luftwaffe, nehmen wir die Flotte, die gesamte Flotte, die MS AIDA und die MS Europa und dann parken wir je ein Schiff auf jeder Seite von Amerika und dann wird das Land mit Helene Fischer und Xavier Naidoo zwangsbeschallt. Und spätestens, wenn der Armee hört, dass dieser Weg kein leichter ist, dann will der da weg. Aber wo kann er denn noch hin, ne? Im Süden ist da ne undurchdringliche Mauer, im Norden undurchdringliche Wälder und französisch sprechende Cowboys und dann springt der Armee frustriert ins Meer, schwimmt zu unseren Schiffen, wird gerettet, direkt ans Buffet in einer Operation Dessert Storm. So wird's sein, meine Damen und Herren. Dankeschön. So, gibt's irgendwas zu saufen hier? Nein, nein, nein. Vielen Dank.